Blech & Partner, Ihr Generalunternehmen von Winterthur. Heute mit diesem Immo-Tipp. Wir sind hier in Rickenbach und hinter mir entsteht das Projekt Schmidgas. Bei mir ist der Paul Späni von den Impuls Immobilien. Sie können sicher sagen, was hinter uns auf dem Grundstück entsteht. Auf dem Grundstück entstehen zwei Mehrfamilienhäuser. Das heisst, es gibt zwei Gebäudekomplexe. Insgesamt werden 18 Eigentumswohnungen von dreieinhalb bis fünfeinhalb Zimmer. Wo genau sind wir denn da gelegen mit Rickenbach? Rickenbach ist eine ländliche Gegend. Das heisst, es gehört zum Zürich-Weiland. Wir sind nichtsdestotrotz schnell in Winterthur. Wir sind hier rund eine Viertelstunde im Stadtzentrum von Winterthur. In sieben bis acht Minuten im Stadtzentrum von Frauenfeld. Was auch das ganz Schöne ist, dass man ein Postauto haltestellt, direkt vor der Haustür hat, die dann Richtung Sulz hochverkehrt. Also in rund vier, fünf Minuten ist man mit dem Postauto beim S-Bahn-Anschluss. Das heisst, wo man dann Richtung Saagallen und Zürich pendeln kann. Welche Highlights findet man dann selber da in Rickenbach? Also die Highlights selber muss ich jetzt sagen, dass wir da von der Natur her wirklich fantastisch gelegen sind. Es hat eine wunderschöne Bade in der Nähe vom Wald. Das heisst, es ist eine der schönsten Baden hier in der Umgebung. Es hat einen Tennisplatz, es hat einen Fussballplatz. Was auch ganz schön ist, wenn man jetzt hier spazieren möchte. Es hat einen schönen, naturbelassenen Bach, wo man entlang spazieren kann mit Hund, Kind und so weiter. Es ist absolut fantastisch. Wie sieht es beim Thema Innenausbau aus? Wie viel kann man hier noch mitbestimmen? Heute dürfen Sie noch alles mitbestimmen, also eigentlich von A bis Z. Das heisst, Sie können Bodenbeläge aussuchen, Sie suchen Ihre Küche aus, selbst der Wandabrieb, Blättchen und so weiter. Es ist eigentlich da heute noch alles möglich. Wo darf man sich melden, wenn man jetzt Interesse hat? Melden Sie sich doch jetzt bei der Firma Impulse Immobilien AG. Momentan haben Sie die Gelegenheit, noch eine von diesen schönen Wohnungen zu kaufen. Das heisst, es hat noch dreieinhalb, viereinhalb und fünfeinhalb Wohnungen, die noch viele Käufer warten. In Rickenbach entstehen mehr Familienhäuser mit 18 Eigentumswohnungen. Verfügbar sind dreieinhalb, viereinhalb und fünfeinhalb Zimmerwohnungen. Alle Wohnungen verfügen über einen hochwertigen Innenausbau. Küche und Bodenbeläge können Sie zum jetzigen Zeitpunkt noch selbst aussuchen. Der ruhige Standort zeichnet sich durch seine ländliche Lage aus. In Rickenbach im Kanton Zürich findet man unter anderem Highlights wie Sportmöglichkeiten und Freibadien. Der Kindergarten und die Schule befinden sich in unmittelbarer Nähe. Und trotz ländlicher Lage ist Frauenfeld und Winterdauer in wenigen Minuten erreichbar. So gelingt ein entspanntes und erholsames Wohnen im Traumeigenheim. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.immobilientraum.info Wir arbeiten darum für Ihre persönliche Entfaltung.